Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und mit diesem Film will ich dir eigentlich nur eine Information zukommen lassen, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Ich möchte dich jetzt informieren, dass wir eine neue Website an den Start gebracht haben, auf der alles gratis ist. Beziehungsweise diese Website ist wie eine Schaltzentrale, von der aus du auf alle Quellen kommst, wo wir Gratis-Inhalte anbieten. Schau einfach in die Videobeschreibung von diesem Video jetzt hier und dann gelangst du zur Website. Und auf der Website wird eben alles erwähnt, was wir gratis anbieten. Also da geht es auf jeden YouTube-Kanal von mir, auf meine ganzen Podcasts, auf die YouTube-Kanäle von Christoph, von George, auf meinen Blog und so weiter. Also du wirst da ganz, ganz viel Gratis-Content bekommen. Über 3.500 Videos, Blog-Einträge und vieles mehr. Also mit diesem Video, der nette Hinweis an dich, schau in die Videobeschreibung, schau dir die Website an. Wenn du Bock hast, kannst du die Website gerne teilen mit deinen Freunden. Ich bin mir sicher, da beschwert sich keiner drüber, die freuen sich alle drüber, weil eben alles gratis ist. Das war es eigentlich schon. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, wie geht es mit YouTube weiter? Ich werde weiter Vlogs machen. Ich werde weiter auch Fotografie- und Retusche-Workflows anbieten. Die kamen bei euch echt gut an. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank für euren Support. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ihr seid im Prinzip meine Motivation. Also vergesst das Feedback nicht, kommentiert fleißig. Ein Video hatte neulich von mir über 1000 Daumen nach oben, was mich extrem gefreut hat. Ich lese jede Anmerkung von euch und ihr seid mir echt wichtig. Das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Deswegen auch die Gratis-Seite. Also schaut in die Videobeschreibung. Euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns.